Die Sachsenkriege Karls des Großen dauerten von 772 bis etwa 804. Sie begannen im Sommer 772 mit der Zerstörung der Irminsul und einem Feldzug des fränkischen Königs Karls des Großen gegen das Volk der Sachsen und endeten 804 mit der Unterwerfung der sächsischen Nordalbingier und der Ernennung des Missionars Liütscher zum ersten Bischof von Münster im Jahr 805. Die Sachsen, die in dem Gebiet zwischen Nordsee und Harz bzw. Rhein und Elbe siedelten, waren schon den Merovingern teilweise tributpflichtig gewesen, aber nie deren Untertan. Auch hielten sie an germanischen Traditionen fest, wozu nicht nur die Religion und ein ehrloser Stammesverband gehörten, sondern auch regelmäßige Raubzüge auf fränkisches Gebiet. Ob Karl zunächst nur diese Raubzüge unterbinden wollte oder von Anfang an eine Unterwerfung, Christianisierung und Eingliederung der Sachsen in das Fränkische Reich plante, ist historisch nicht gesichert. Während durch historische Quellen, insbesondere durch die Annalis Regni Frenchorum und durch die Vita Caroli Magni ein Harz, recht gut über den Verlauf der Sachsenkriege informiert wird, ist von ihnen im archäologischen Befund wenig nachzuweisen. Die Spuren sind marginal, es gibt keine Anzeichen für eine Entvölkerung der Gegend, und auch die in den Quellen genannten Deportationen lassen sich archäologisch nicht nachweisen. Vorgeschichte Nicht erst Karl der Große führte Kriege gegen die Sachsen. In der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts zogen der fränkische Hausmeier Karl Martell und seine Söhne mehr als zehnmal gegen die Sachsen. Im Laufe des 7. Jahrhunderts hatten die Sachsen Westfalen in Besitz genommen, zu nennen es hier Ratboot ohne wie die Franken einen Staatsverband zu bilden. Das fränkische Königtum legte kurz nach 700 an seinen Grenzen Großburgen an, von denen die Böraburg bei Fritzler ab 742 Bischofssitz und der Christenberg bei Marburg die herausragenden sind. In gleicher Weise wurde die thüringisch-sächsische Grenze gesichert. Bereits im 7. Jahrhundert entstanden in Hessen Burganlagen, die mit der fränkischen Herrschaft in Verbindung zu bringen sind. Die Burgen des 8. Jahrhunderts in sächsischem Besitz sind vor allem aus den fränkischen Schriftquellen bekannt. So die 743 von den Franken eroberte Hoseoburg im sächsisch-stüringlischen Grenzraum, die unter dem Befehl des Sachsen Theoderich stand. Die dauernden Streitigkeiten zwischen christlichen Franken und heidnischen Sachsen, die sich nur zögernd und mit Widerstand dem Christentum öffneten, führten schließlich zu den großen Sachsenkriegen 772 bis 804. 804 Verlauf Die Zerstörung der Irminsul auf dem wichtigsten Versammlungsplatz der Sachsen führte 772 zum offenen Aufstand gegen die Franken. Einige Forscher vermuten, dass die Irminsul ein hoher Baum oder Holzstamm war und als ein Sinnbild für die das Himmelsgewölbe tragende Weltsäule angesehen wurde. Das entspricht nicht der nordischen Weltersche Iktrasil, welche als Weltenbaum und nicht als Weltsäule zu verstehen ist. Ein Grund für die Zerstörung der Irminsul könnte in einem religiösen Motiv gesehen werden, ähnlich der Fällung der Donaureiche durch den Missionar Bonifatius. Nach anderer Vermutung war die Irminsul hauptsächlich das Wahrzeichen eines zentralen Teamplatzes der Sachsen. Ihre Zerstörung war demnach vor allem ein Angriff auf die nordgermanische Verfassung der Sachsen, die ein Königtum wie bei den Franken nicht vorsah. In diesem Sinne käme die Zerstörung der Irminsul quasi einer Auflösung des sächsischen Parlamentes gleich. Anzunehmen ist eine Mischung beider also religiöser wie politischer Motive. Der fränkische Sommerfeldzug im gleichen Jahr war zunächst erfolgreich. Karls Heere stießen von linksrheinischen Basen aus im sächsisches Gebiet vor und eroberten unter anderem die Sylburg und die Ehresburg, wo die Irminsul gestanden haben soll, und stießen bis zur Weser vor, hinter der die sächsischen Siedlungszentren lagen. Gestützt auf die ersten Erfolge führte Karl Verhandlungen mit kooperationsbereiten sächsischen Adligen und erhielt von ihnen Geiseln als Pfand. Während Karls Feldzug in Italien gegen die Langobarden setzte ein Teil der Sachsen vor allem bäuerliche Aufgebote unter Führung wie Dukins, eines westfälischen Adligen, den Widerstand fort und zerstörte und plünderte fränkische Siedlungen, Klöster und Kirchen, vornehmlich im heutigen Rheinland. Der Feldzug Karls im Jahre 775 gegen die Sachsen führte das fränkische Heer über Syburg, Ehresburg und Brunsberg bei Höxter in den ostfälischen Raum an die Ucker, wo sich Hessie und andere Sachsen dem fränkischen König unterwarfen. Der Heeresrückmarsch unter Karl erfolgte über Hildesheim und Nordstämmen in den Bokegau um Böckeburg, wo der sächsische Teilstamm der Engern dem Franken König Geiseln gestellt hatte. Von dort zog Karl nach Lidbecki, um eigenen Leuten militärisch beizustehen. Im Jahr 777, das unblutig verlaufen sein soll, fand erstmals eine fränkische Reichsversammlung auf sächsischem Boden statt, und zwar im neu gegründeten Karlsburg, dem heutigen Paderborn. Sie sollte die Bekehrung der Sachsen vorantreiben, für die unter anderem angelsächsische Missionare aus England eingesetzt wurden, z.B. aus den Abteilen Hersfeld und Fulda. Karl der Große strebte an, wie in anderen eroberten Gebieten, die Kirche mit ihren Niederlassungen, ihren Bildungseinrichtungen und ihrer administrativen Tradition als Verwaltungsinstrument in Sachsen zu nutzen. Angeführt von ihrem Herzog, dem westfälischen Adeligen Widukind, stellten sich die Sachsen im Gegensatz zu früheren, eher schlecht organisierten Eroberungszügen nun in offenen Feldschlachten. 782 wurde das Land der Sachsen auf dem Reichstag zu Lippspringe in fränkische Grafschaften aufgeteilt. Außerdem ließ Karl Abgaben eintreiben, heidnische Bräuche unterdrücken und Zwangsbekehrungen zum Christentum vornehmen. Was zur neuerlichen Empörung eines Teils der Sachsen, vor allem aus bäuerlichen Schichten, führte, während der Adel teils auf Seiten der Franken stand. In der Schlacht am Sintel vernichtete Widukind am Sintelgebirge im Jahre 782 ein fränkisches Heer, während Karl sich auf einem Feldzug gegen die Sobben befand. Karl soll auf die hartnäckigen Aufstände der Sachsen mit brutaler Repression geantwortet haben, unter anderem mit dem berüchtigten Blutgericht von Verden noch im gleichen Jahr, bei dem angeblich tausende Sachsen enthauptet wurden. In Analogie zum Blutgericht zu Cannstatt durch seinen Vater Pepin und Onkel Karlmann, bei dem die gesamte alemannische Führungsschicht ausgelöscht wurde, scheint diese Vorgehensweise durchaus wahrscheinlich. Die in den Quellen genannte Zahl von 4.500 Opfern wird in der Forschung als Übertreibung dargestellt. Archäologische Spuren eines derartigen Massakers sind bislang nicht aufgefunden worden. Einige Forscher gehen auch davon aus, dass das Ereignis möglicherweise durch einen Schreibfehler entstanden sei. Bei dem aus Delokabat ein Dekolle-Bett geworden sein soll. Dem widerspricht die Interpretation, dass sich Dekolle-Bett auf 4.500 sächsische Edle beziehe, die sich ihm als Geiseln überantwortet hatten. Es sich also um keine Umsiedlung gehandelt hat. Wie Dukent war zuvor nach Dänemark entkommen. Karl erließ zudem ein Sondergesetz, welches die Missachtung der christlichen Reichsordnung u.a. Verunglimpfung eines Priesters oder einer Kirche, die bei den Heiden übliche Feuerbestattung oder das Essen von Fleisch an Fastentagen mit der Todesstrafe bedrohte. Gezielt sollen von Karl auch Deportationen als Mittel der Unterwerfung und Befriedung eingesetzt worden sein. Sogar in der engsten Umgebung Karl stieß diese Rigorosität auf Vorbehalte. Abt Alkuen, angelsächsischer Gelehrter, ab 796 Abt des Klosters St. Martin de Tours und Vertrauter des Frankenkönigs, mahnte in einem Brief Zurückhaltung an. Gemäß den Lehren der Heiligen Schrift und der Kirchenväter solle man das Wort Gottes mit Predigten und nicht mit dem Schwert verbreiten. Karls Brutalität und Kompromisslosigkeit trugen ihm den Beinamen Sachsen schlechter ein. In Detmold und in der Schlacht an der Hase kam es im Sommer 783 zu Gefechten, bei denen sich sächsische Frauen barprüstig auf die überrumpelten Franken gestürzt haben sollen. Fast Radar, Tochter des Grafen Radulf, die nach dem Tod seiner Gattin Hildegard 783 Karls Neue gemahlen wurde, soll sich der Überlieferung zufolge darauf ebenso barprüstig in die Schlacht geworfen haben. Trotz ihrer kämpferischen Einstellung gerieten die Sachsen in der Folge immer mehr in Bedrängnis. Die Wende trat allerdings erst ein, als Widukent sich 785 taufen ließ und den treue Eid auf Karl, der als Taufpate fungierte, leistete. Neben Athenie werden allerdings noch elf weitere Tauforte Widukens in späteren Quellen genannt, so etwa die Hohensüburg, Paderborn und Worms. Während die Franken das sächsische Stammesgebiet eingliederten, erreichten sie an der Elbe slavisches Siedlungsgebiet und wurden in die Auseinandersetzungen zwischen den nordelbischen Sachsen und Slaven in Ostholstein einbezogen. 789 errichteten die Franken gegen die slavischen Wilzen zwei Burgen aus Holz und Erde an Brücken über die Elbe. Dass es sich dabei schon um das Hübeck-Kastell handelt wird vermutet, lässt sich aber nicht eindeutig belegen. 792 kam es als Reaktion auf eine Zwangsaushebung zur letzten größeren Erhebung gegen die Franken. Karl reagierte mit Zwangsdeportationen und vergab dafür sächsisches Land an Franken und seine abodritischen Verbündeten. Die Verbannungssorte der Sachsen lassen sich noch heute an Ortsnamen erkennen. Ein Großteil der Sachsen unterwarf sich nun doch noch bis 804 kam es immer wieder zu Unruhen. Karl setzte neben den Repressionen auch auf die Versöhnung zwischen Franken und Sachsen. Sowohl auf einer Synode in Bayern 796 als auch von seinem wichtigsten Berater Alkuin war er darüber belehrt worden, dass die Bekehrung nicht Menschenwerk sondern Werk Gottes sei. Die Kirche stand den Massentaufen skeptisch gegenüber und betonte, dass der Taufe Unterweisung voranzugehen habe. Ebenso wurden Karls Umsiedlungspolitik sowie die Besteuerung der Sachsen kritisiert. Die Mahnungen blieben nicht folgenlos. 797 wurden mit dem Kapitulare Saxonicum die Sondergesetze gelockert. 802 wurde das sächsische Volksrecht festgeschrieben. Freilich wurde dabei alles aus dem alten Brauchtum weggelassen, was der Christianisierung entgegengestanden hatte. Die Schaffung einer umfassenden kirchlichen Infrastruktur Münster, Bremen, Minden, Verden und Osnabrück sicherte nach und nach die zunächst mit großer Grausamkeit über 30 Jahre hinweg durchgesetzte Einverleibung Sachsens in das Fränkische Reich und die Christianisierung des sächsischen Volkes. Für Nordwestdeutschland gilt diese Phase des 9. Jahrhunderts, die ihren Abschluss 804-05 fand, als die größte gewaltsame Umwälzung in der Geschichte. Der Stellinger Aufstand stellte ein letztes Nachspiel dar. Mit den Sachsenkriegen war die Völkerwanderungszeit im Nordwesten des Reiches endgültig zu Ende. Der Krieg gegen die Sachsen sei der schwerste gewesen, den das fränkische Volk geführt habe, urteilt Karls Biograf Einhardt. Im 10. Jahrhundert nach zwei Jahrhunderten Einbindung ins Frankenreich, stellten die Sachsen mit der Dynastie der Otonen die Könige im Ostfränkischen Reich, die seit 962 auch Kaiser des durch Karl den großen erneuerten westlichen Kaiserreiches eines christlichen Imperiums in der Nachfolge des weströmischen Reiches waren. Rezeption Die Sachsenkriege haben Karl dem Großen schon in der frühmittelalterlichen volkstümlichen Legendenbildung eine düstere Rolle eingetragen. Der fränkische Gelehrte Einhardt nennt diesen Krieg den langwierigsten, grausamsten und für das Frankenvolk anstrengendsten. Diese Beurteilung war besonders stark in neuvölkischen Kreisen seit dem Ersten Weltkrieg und in den 1920er und 1930er Jahren. So waren führende Vertreter der Nationalsozialisten wie Heinrich Himmler Verehrer des Sachsenherzogs Widokind und seines angeblichen Kampfes zur Erhaltung der nordischen, heidnischen Kultur gegen das welsche Christentum der Franken, was sich unter anderem an der Aufstellung eines Denkmals für die ermordeten Sachsen in Pferden oder der Einrichtung eines Kultortes an den Externsteinen zeigte. Unter dem Einfluss von Adolf Hitler selbst wurde jedoch etwa ab der Mitte der 1930er Jahre Karl auch wieder als Lichtgestalt gezeichnet. Hitler selbst soll Karl bei einem seiner Tischgespräche im Führerhauptquartier am 4. Februar 1942 als einen der größten Menschen der Weltgeschichte gerühmt haben, weil er es fertiggebracht habe, die Deutschen querschädelt zueinander zu bringen. Am 31. März 1942 führte Hitler aus, dass er den Chefideologen der NSDAP Alfred Rosenberg davor gewarnt habe, einen Heroin wie Karl den Großen als Karl den Sachsen schlechter zu bezeichnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017